Ich freue mich, Sie wieder auf dem richtigen Wahlkanal begrüßen zu dürfen. In diesem Video werde ich über den Weber Smokey Joe Holzkohlegrill sprechen. Sie können den Preis und die Verfügbarkeit dieses Modells herausfinden, indem Sie in der Beschreibung des Videos nachsehen, wo ich alle notwendigen Links angegeben habe. Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar und ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal. Jetzt ist es an der Zeit, loszulegen. Schnapp dir deine Freunde, packt den Smokey Joe ein und macht euch auf den Weg. Mit dem Smokey Joe kannst du unterwegs köstliche Mahlzeiten genießen oder zu Hause ein schnelles Essen auf deiner Terrasse zubereiten. Mit seiner kompakten Größe ist er der ideale Begleiter für einen Wochenendausflug oder einen spontanen Tag am Strand. Der Smokey Joe ist klein genug, um ihn auf all deine Abenteuer mitzunehmen. Dennoch bietet die Grillfläche ausreichend Platz, um deine Lieblingsgerichte zuzubereiten. Dank der praktischen Kombination aus Deckelverschluss und Tragegriff gestaltet sich die Reise ganz einfach und bequem. Im Sommer wollen Sie natürlich auch gerne unterwegs nicht auf perfektes gegrilltes Verzichten. Mit dem Smokey Joe Original erhalten Sie einen hochwertigen und stilvoll designten Grill, der Ihren Anforderungen definitiv gerecht wird. Gerade das hohe Maß an Flexibilität und Mobilität machen den Smokey Joe Original aus. Bei Bedarf kann der Holzkohlegrill einfach im Kofferraum verstaut und mitgenommen werden. Das dreibeinige Gestell sorgt dabei für einen sicheren Stand auch im Freien. Mit 37 Zentimetern Durchmesser für die Grillfläche haben Sie genug Platz, um unterwegs auf nichts verzichten zu müssen und können dank der Deckelhöhe auch kleine Grillexperimente wagen. Damit ist der Smokey Joe Original der perfekte Begleiter für den ambitionierten Outdoor-Griller. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Kein eingebautes Thermometer im Deckel. Im Boden keine unteren Löcher. Der Grillrost bewegt sich frei im Gerät. Die Seitenschlitze sind höher als die Kohlen. Der Grill wird nicht heiß genug, um Speisen anzubraten. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Klein und tragbar. Einfacher Metallring, um den Deckel zu halten. Hervorragende Materialien. Hält gut die Temperatur. Kleine Schnitte können Sie problemlos räuchern. Er bietet ausreichend Platz für Holzkohle oder Briketts. Einfach zu bedienen. Gut verarbeiteter Grill. Das war's mit unserem Testbericht zum Weber Smokey Joe Holzkohle Grill. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald! Bis bald!